Ich? Ah, okay. Es geht los! Okay, geht los. Alles klar, geht los. PS2, Game 1. Duck Hunt vs. Ike. Tschüss! I fight for my friends. I fight for my friends. Und es geht los hier. Langsam angetatscht werden, hier beide angetatscht. Es ist ja eigentlich immer relativ defensiv on the way. Ja, was wird er machen? Gegen Duck Hunt kann er es natürlich nicht machen. Aber vorhin in Teams war auch schon ab und zu richtig aggressiv, oder? Ja, ja. Mal gucken, mal gucken. Mir ist natürlich ganz wichtig, dass Duck Hunt sich immer den ersten Stock holt. Ja, Philipp meinte vorhin auch schon so, gegen SDN, das ist ihm ja schon wichtig irgendwie, dass er das mal gewinnt. Weil der letzte Mal hat er auf jeden Fall immer verloren. Endlich seid ihr da. Äh, war es knapp. Hä, 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 hä. Ja, ja, war es knapp. Iktachi. Ich weiß, wer das ist. Egugu. Bingo. 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 Bronco. Bronco. Ok, F-Smash, F-Smash klärt einfach. Oh, F-Smash startet mit ersten Stock. Aber ordentlich, äh, ordentlicher Lied hier, ne? Aber es geht ganz schnell gegen SDN. Oha, Digga. Ja, muss Beißen wirklich auffassen. Dann muss jeder eine fiese Mauer, der Mauer, der Mauer, der Mauer, der Mauer, der Mauer. Ja, guck mal, man denkt so, boah, hier voll der geile Lied und so. Ja, SDN legts da. Wow, einfach die Ping-Pong. Eine, vierte Back-Hale. Ich komm doch nicht her. Ok, SDN mit dem SD? Nein! Weißt du, wir wollen den Spiken, aber das ist natürlich... Oha, aber guck mal, wie fies das da ist. So stark. Wow. Weißt du, wir wollen das bisschen auffassen. Das war's, das war's, das war's. Der Re-Grab an der Latch in der Batch. Das war's, das war's, der Re-Grab an der Latch in der Batch. Guck mal, das ist so fies, Digga. Das ist wieder aufgeben. Ja, das ist wieder lieben. So schnell. Vergegen Eich ist egal, ob du. Cyborg of the North, Digga. Das kommt immer noch. Auch wenn er zurück liegt. Der kommt einfach. Konsistenz. 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 Ok, der Back-Throw. Weißt du, wir müssen hier wieder bisschen aufbauen. Seine Wall. Ja, aber weißt du, immer noch hier mit nem Lead auf jeden Fall, ne? Ja, sieht noch so aus, aber... Eine näher und dann geht's wieder los. Ja. Hier nichts, was irgendwie großartig was... Ok, ok. Nice Conversion. Oh, Down-Spash, ganz komisch. Aber ich glaub, das wollte... Nice Conversion. Und lose. Nichts gemacht. Nee, noch nicht. Oh, nee, noch nicht tot, noch nicht. Nein, nee. Damage, Digga. 19% oder so. Da scheppert schon rein. Oh. Boah, die riesen Respekt vor heute. Heftigen Eich. Schwer. Oh, was will man auch machen? Die Sona. Dig, 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 dig. Aber siehst du, wie Beigel immer wieder Offstage geht bei der so diese Angst hat vor dem... Natürlich! Hedgeguards von... Ja, jetzt hat endlich was getroffen. Ja, genau. Jetzt kann er wieder bisschen Onstage gehen. Ja, macht er gut, macht er gut. Das ist immer noch sehr, sehr, sehr... Oh, ein Grab dann in den... Oh, das war ein Abtilt eigentlich, ne? Oh! Trap! Oh! SCN aber klasse allemausgewegen hier. Oh, und die SCN, der steht bei 113. Bisschen! Einfach... Einab! Einab! Das ist schon echt brutal. Oh, und das ist jetzt... Wer jetzt das Match gewinnt, ne? Das ist schon... Für Mainz ja sowas echt entscheidend, ne? Sagt sich das. Okay, Abbi hat Beiße ein bisschen geredet. Oh! Beiße, jetzt ein bisschen chillen. Das ist natürlich gar nicht so einfach, mit dem Hund hier einen Kill zu bekommen, ne? Gar nicht so einfach. Nicht so einfach. Ne. Du hast es beide. Oh! Oh! Ey, jetzt ist echt die Frage, wird die nächste Dose... Oh! Ja! Frame, One und Fair Dose. Ja, aber auch 47 Prozent, ne? Ja, muss er jetzt schon was machen. Ja, muss er jetzt schon was machen. Er muss ja eine gute Twitter kommen, wo wir rauskommen. Hier! Ja! Oh, schönes Micro Spacing. Spacing! Oh! Oh! Nice撃 Amanda! Nee, nee! Fair! Oh, das wäre schon fast gewesen. Mein Hamsterheits hättet schon wieder, ey! Oh, es ist echt... Erf Gold wär schon fast einiges paremmt gewesen! Der Weiße hat noch die Chance... Oh, jetzt schon gefährlich! 50 Prozent! Oh, mein Gott, Digga! Hat ihn gecatcht! Das hat ihn gecatcht! Einfach gecatcht mit dem heftigen Eichenschwert! So gemein. Das war schon gemein. Einfach downtilt fair. War richtig gut. Das ist so spät auch noch connected. Wieso spielt nicht jeder zweite Mav? Ike, Ike, Ike. Können wir noch mal einer erklären bei den Kommentaren, warum das so ist? Ike ist angeblich D-Tier. D-Tier, ja. Angeblich. Dummtier. Ja, das ist doch echt so kraft eigentlich. Power Brawl Music. Also SCN spielt den ja auch. Natürlich. Aber es ist echt eine sehr coole Muck hat Weißler ausgewählt. Oh, okay, okay. Können ein bisschen mitfühlen, die jetzt gerade alle zuschauen. Ein bisschen mehr Volume haben hier. Ein bisschen mehr Volume. So was hier, ne? Das ist ja auch ein bisschen mehr. Oh, war schon wieder knapp hier. Wieder sehr, sehr knapp alles hier. Die Där schon wieder. Das letzte geht immer ja ultra knapp. Und so beginnt das zweite auch schon wieder. Aber das Ding ist, bei Ike ist halt immer scary, so wenn, da kommt jetzt schon, guck mal, jetzt schon Kill-Prozent, weißt du? Oh. Bei Ike dauert noch so 20 Prozent. Ja, mindestens. Wenn dir dann noch Lucky irgendwie ein S verschriftet. Oh, so ne Range. So ne Range. Einfach Sephiroth in, nicht Sephiroth, Digga. Da hätte er schon durch erdotschen können. Sagst du? Ja, danach hätte gar nichts mehr kastieren können. Ja, okay. Oh, nicht der starke Gunman. Okay. Schwierig, schwierig. Wirklich den Kill zu holen. Hammer schwer. Oh, 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 oh. Wo seid ihr da mit mehr gelandet? Abwehr tot. Ja. Oh. Das war ja noch viel brutaler früher, ne? Mit mehr Abwehr. Ja. Abwehr, Ne, Abwehr, weiß ich nicht. Ja, okay. Die Abwehr catcht dann auch mal. Ist aber auch wichtig. Jetzt schon zwei, sechs Prozent drauf, Digga. Mit zwei der Schläge. Watch out. Oh, okay. Ganz schön fieses Back-Hair. Oh, nice to grab. Und nichts. Nichts. Oh, schön. Er muss den Trash-Guard irgendwie... Oh, ja. Das war's. Das war's noch nicht. Nein, nein. Nee, nee, lange nicht. Oh, warum geht er nicht runter? Oh, nein, weil der F-Smash trifft eigentlich. Der dreht ja runtergehen müssen gerade. Ja, ich glaube, der hat ein bisschen zu... Aber ich glaube, SDM wusste auch, er hat zu sehr Angst, dass er da runtergeht. Hat er auch nichts gemacht. Oh, der F-Tipp-Baller, Digga. Oh, der F-Tipp-Baller, Digga. Oh, der F-Tipp-Baller, Digga. Oh, 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 oh. Ist der da? Oh, ja, oh, okay, okay. Und ohne Angst, Digga. Geht er einfach so Off-Sage, ne? Oh, oh, oh. Oh, okay, schöner. Erdurch hinter ihm. Oh, ja, ja. Oh, nein. Back-Air wär's gewesen. Nee, so nicht. So leider nicht. Fär so schwach, oder was? Fär ist richtig schwach. Back-Air wär schon heftiger. Ja, okay. Spaghetti. Bisschen Spaghetti. Weißt du, musst erst mal wieder klarkommen. Schön, hinter die Dose. Nice, der Grab. Oh, beide fliegen weg. Oh, der ist der Cake. Oh, weg davon der Edge, bitte. Oh, Dose rettet. Dose rettet sogar. Wow. Wow. Okay. Das war crazy. Er kommt nicht rauf. Er kommt nicht rauf. Oh, Dose noch nicht. Nicht gerettet. Nein, diesmal nicht gerettet. Aber ganz knapp. Aber knapp. Das war echt knapp. Er muss sich... Wow. Oh, was war das? Dose. Aber kein Kill. Nach tausend Jahren noch nicht. F-Tilt. Auch nicht. Auch gar nicht statt. Oh. Oh, Ab-Air. Ab-Air. Keine Ab-Air. Ab-Air drin gewesen. Aber auch vielleicht schwierig zu teilen so, ne? Oh, was ist denn? Oh, Sambo-Wai. Bunga, Bunga. Nee, noch nicht. Noch nicht. Dose. Oh. Was war's? Noch nicht. Oh, trifft auch. Hm. Der kann nicht. Keen. Ey, aber noch keinen Prozent gemacht. Spaß. Gut, dass du's sagst. Alles zu gleich. Gut. Ja, schön. Oh, Digger. 46 Prozent. Oh, tut. Oh, jetzt. Fast tut. Das eklige Situation. Ja, das ist ganz eklig. Da kann der Hund auch gar nichts machen. Oh, okay. Er wollte all in. All in ist er gegangen. Bisschen frech. Ein Twitter-Kombo. Let's. Twitter-Kombo jetzt. Go. Twitter-Kombo. Let's go. Oder. Auch nicht. Oh, ab, Digger. Ja, das ist so gefährlich. Wenn man nicht er dort schon etwas readet, back, ja. Tschüss. Markable. Kehle, Digger. Kehle, Digger. Ah, das war schon Knab, das war schon Knab, das war schon Knab, war schon Knab. Aber immer machen gegen sowas, Digger. Es fehlt immer irgendwas, es fehlt immer irgendwas. Weißt du, SDM ist wie so, wie so ein Level 15er oder so. Weißt du, was ich meine? Versteht ihr? Versteht ihr das eigentlich? Versteht ihr das eigentlich in eurem Kopf drin? Ja. In dem Kopf drin. Ey, Leute, haut mal eben hier ein Abo rein übrigens, ne? Scary, leave me for the bracket. Ja, Digger, in silver bracket bin ich. Da habe ich es ja gar nicht ernst gespült. Ja, danke. Das grenzt schon an Mobbing, das zu fragen. Digger, warum ist ein Donkling-Musik? Wie oft noch anrufen würde ich? Das ist lieber, Digger. Immer so, Digger. Kurz einmal in den Kommentar gegangen. Vier Anrufe. Okay, jetzt geht's los hier. Beige muss ich jetzt aber mal ernst machen, bitte. Kleiner Lied für Beißer und Schweiger ist Schweiger der Meiger. Ja, da muss irgendwas jetzt passieren. Der muss sich den Stock früh holen. Früh. Das ist gar nicht frei. Das ist echt hart. Das ist echt hart. Ja, ich bin hart. Oh, der Grab-Grab-Fair. Grab-Up-Air. Tu fast tot. 40% Grab-Tu fast tot. Oh, wieder 100%. Ja, das ist doch doll. Glatte Honi. Glatten Haoni. Haoni. Oh, ja, das war's. Nicht. Nicht. Fies ausgewichen. Oh. Oh, schön. Gerade noch so, gerade noch so. Komischer Fehler von SDN. Das passiert ihm ganz selten. Ja. Oh, wieso Reed hat er dann nicht? Kein Punish. Oh. Oh. In die Dose. Los jetzt. Ramp-Trap. Knapp. Ja. Genau, ein bisschen aggressiver muss er aber machen. Weil wenn er jetzt verliert, einfach gar nichts. Das Stock dann... Oh, nein. Das kann doch nicht wahr sein. Abbi. Guck mal, der Eicke ist immer so, das ist wie sechs Stocks gegen drei. Eigentlich schon, eigentlich schon. Eigentlich hast du nur einen, wenn du spielst. Ja. Wahrscheinlich unfair, ey. Was kriege ich dafür? Hey, die Tasche, Digga. Oh. Das sind die Tasche. Wow. Einfach Mario Golf Deluxe gegen die Bande und vor allem Mario Golf. Okay. Oh, ne, hat leider nicht so hingehauen, die Beiße-Kombo. Deswegen jetzt bleibt... Aber es geht noch. Es hat dann noch okay. Also okay. Beide können sich anfangs brutal Prozente verteilen. Oh, fiese On-Stage-Options. Ich würde eh irgendwie darauf hinauslaufen, dass beide irgendwie 100% sind. Aber so aggressiv. Ja, warum beide so aggressiv wie draufballern, ne? Nur bei Eichs der Unterschied, der braucht drei Hits. Ja. Oh, fast tot. Das habe ich keinem erzählen. 5%... Oh. Oh, was das denn, Alter? Oh. Was ist das denn, Alter? Oh. Was ist das denn? Was denn? Da kommt es ja gar nicht. Beide wieder 100%. Ja, ja. Oh. Oh, nein. Aber das ist das Ding. Ein Fehler und du bist tot. Das hat so ein Ultra. Ein Fehler und du bist tot, Digga. Also so gegen SN auf jeden Fall. Weil er das einfach... Ja. Er lässt dir da keine Chance. Ne, ne. Aber wenn du gegen ihn erst mal eine Stunde spielst, dann weißt du, was für Kacknook du mein Lieb bist. Danke. Du ist es. Danke, SN. Info. Da kannst du schon glücklich sein, dass er hier ist. Deswegen, Leute, rein da. Reiner. Reiner mit euch. Reiner. Oh. Er ist tot. Nicht. Oh, er lebt noch. Microspace. Oh, die ist 142. Guck mal, die Hälfte da vorne und beißt euch schon ein Kill-Percentage. Das ist so heftig. Das ist echt heftig. Oh, viel zur Weglauf-Technik. Weglauf-Technik. Aber kommen wir hier schon wieder eigentlich fast komplett das Doktor. Oh. Nicht mal ansatzweise, Digga. Weggeworfen. Hm. Ne, gar nicht. Da können wir überhaupt gar keine. Frows. Frows. Okay, Frows. Frows. Den bräuchte er eigentlich. Ich glaube, eine Hand aufs Herz. Ehrlich ist es. Ja, das wäre schon ein bisschen fair da. Bopp. Ne, ne. Okay, okay. Jetzt hier. Jetzt könnte man was geben. Jetzt können wir was geben. Jetzt geht's los. Jetzt könnte man was geben. Könnte was geben. Twitter Combo. Aufpassen. Aufpassen. Twitter. Oh. Das war schon ultra risky. Aber das muss man halt mal machen. Musst du halt auch mal machen. Okay. Könnte was sein. Könnte was werden. Könnte was werden. Oh Gott, aber die Angst ist auch sehr groß. Trifft nicht. Noch einmal. Oh. Einfach weggebrochen. Komm, komm, komm. Mach was cooles. Mach was cooles. Mach was cooles. Oh, Langa. Muss gar nicht cool sein, aber mach was. Oh, Changa. Okay, Dose. Wegwerfen. Wegwerfen. Oh, Gunman trifft. Gunman. Oh nein. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Erlade mein Herz. Er muss irgendwie nochmal landen. Ganz vorsichtig landen. Ganz vorsichtig landen. Vorsicht. Dose. Oh, Dose. Okay. Und jetzt muss er eigentlich auf fest gehen. Oh, die Dose fliegt sehr heftig dagegen. Vielleicht noch nicht, ich weiß es nicht. Aber mach was. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Klasse, klasse, klasse. Klasse, klasse. 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 Ast rein. Ast rein. Ast rein. Ast rein. Ast rein. Ja. Ja. Dauerweil hier. Hat sie den Gang geholt. Hat sie den Gang geholt, Digga. Hahahaha. 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 Oh Gott, Digga. Oh, ich krieg gleich Herzinfarkt, Bruder. Was? Was soll das für nehmen? 2-1 auf SDN. Welche Stage würde er wohl nehmen? Bestimmt PS2. Ja, das Ding ist, man muss an dieser Stelle mal kurz erwähnen, wir sind gar nicht jetzt so ultimativparteiisch. Das Ding ist nur, SDN, also meistens ist in diesem Matchup einfach der Underdog. Ja. Und deswegen wollen wir natürlich hier auch noch irgendwie ein Match mehr sehen als nur 3-0, ne? Ja, deswegen. Es soll ja auch ein bisschen spannend werden hier auch. Ich hoffe, ich soll auch richtig spannend werden. Es wäre ja alle nicht auf den Kopf gefallen. Es wäre ja nur die Schlausten der Schlauen hier. Die Schlauen aller Schlauen. Die Schlauen aller Schlauen. Ja, ja, alle mal schlau in den Chat schreiben. Ja, ja, alle schlau. Okay, aber heftiger hier. Star vorbei. Oh, Digga. Wie er auftritt jetzt? 0%. Vielleicht ist er in seinen Big Buddha-Bikel-Modus reingekommen. Oh, guck mal. Das ist halt ein Blutgeleck, Digga. Das ist halt ein Bock. Also, outwatchen, outwatchen. Aber ein bisschen aufpassen trotzdem. Ein bisschen zuhört. Das ist so, ja, Gangi, Bangi. Oh Gott. So scary, der. Oh, oh. Das wäre es gleich gewesen. Aber gut gewesen auch von Beigl. Schön da drumherum herum. Ja, aber auch guter Moe von SDN. Hat er auch nichts zu verlieren. Oh, okay. Ey, wenn Beister den Stock jetzt holt. Dann hat er ein sehr guter Lied. Das wäre ein guter, wichtiger Lied. Okay. Oh, sehr schöner Grab. Einfach brutaler Grab. Wow. Oh nein. Oh nein. Oh, der hat den Jump geredet eigentlich. Er wollte nicht. Irgendwas wollte er machen. Boah, jetzt aber aufpassen. Oh, das geht so schnell. Digga, Junge. Mach nochmal ein R-Dodge da. Einmal L drücken, bitte. L drücken, bitte. Und so schnell. Später mal zeigen den Knopf. Ja, okay, das war's. Oh, okay. So schnell wendet sich das Blatt. Okay. 2-2. Aber, Digga, das war gerade 120% Lead verschenkt, oder? Oh. Aber was heißt verschenkt? Oh, okay. Nice. Oh, Frisbee. Frisbee 2. Okay. Cooler Grab. Oh, was macht der? Sehr cool. Er muss ein bisschen kassieren. Ey, aber Neh, Neh, Abair auch sehr cool. Neh, aber Abair hat er gedocht. Oh, fair. Oh, das ist so scary. Und jetzt ist es wieder so gruselig. Offstage gegen SDN ist einfach nur unmöglich eigentlich. Es ist einfach gruselig, wirklich. Kannst du nichts machen? Oh, seine Edge-Guards einfach. Seine Edge-Guards einfach. Ich dachte, das ist gruseligste an SDN. Super gruselig. Wenn er da so an der Edge steht, du denkst dir... Weißt du? Denkst du dich auch mal... Whoa. Site B. Oh. Oh. Fast. Ah, er lebt noch. Okay, ne, Alter. Da er doch schon gar nicht Dose. Oh, nein. Dose klärt leider nicht. Oh, cool. Hast du es gesehen? Er hat Gunman gemacht, dann Dose. Ah, okay. Und Gunman hat Dose ange... Ah. Okay, wirklich? Das war so... Oh. Okay, warte, 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 warte. Okay, jetzt wird's noch mal richtig knapp. Jetzt wird's noch mal ultra knapp. Jetzt wird's noch mal ultra knapp. Okay. Ich bitte, komm jetzt bitte. Danke. Okay, SDN startet hier. First Blood of the Last Dog. First Blood of the Last Dog. Okay, das ist noch mal eine stabile Nähe. Autsch. Oh, da hat er Geräusch. Ja, das hat er vielleicht noch mal gelernt. Ja, okay. Sehr clean bis jetzt von beiden Seiten. Von beiden Seiten. Okay, SDN auch super gewartet. Aber SDN hat da kein Bock mehr jetzt hier. Uh. Oh, cool. Oh, das hat vielleicht fast gelockt. Oh, jetzt kann man hin. Jetzt kann man da hin. Weiße Leute, das ist noch ganz... Oh, ja, 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 ja. Das ist schon fast. Einfach der... Oh, muss aufpassen. Oh mein Gott, das ist jetzt so gruselig. Der muss aufpassen. Oh, das ist jetzt so gruselig. Oh, so gruselig. Erstmal. Wir nehmen noch. Aber läuft der ganz weit weg. Überlässt SDN die ganzen... Oh, nice. Oh, schön. Okay. Oh, nein. Warum? Oh, nice. A wave dash. Oh, on the platform. Nice wave dash. Oh, cool. Oh, cool. Oh. Weiße gerade im Kopf ein wenig überlegen. Oh, aber der muss auch ein wenig überlegen. Mario Golf. Ja. Nein. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Es bleibt spannend. Jeder kann jetzt killen. Jeder kann mit fast jedem Move killen. Außer da kann. Mein Herz, mein Herz, mein Herz. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Und die Dose. Boom. Das war wirklich krank, das war wirklich krank. Das war ultra krank, das war ultra krank. Das war krank, das war krank. Pola Nussam, Pola Nussam, Pola Nussam. Jetzt geht's weiter, jetzt geht's weiter. 2-2. Okay, let's go. Game 5. Beide haben sich agreed auf 4-2. So heftig. Bingo. Ich krieg keine Luft mehr. Put on my Nussam. Okay, let's go. Spannend, Digga, 2-2 jetzt. Junge. Wenn Beister das jetzt machen würde, das wäre krank. 2-2, so spannender geht's nicht. SDN ist auch ein bisschen am Zittern, Digga. So haben wir uns den Top 8 vorgestellt. Uff. Was für ein Set ist das jetzt schon? 2-2. Das ist ein krankes Set. Ultra krank, ultra. Wirklich. Boah, nicer Air Dodge. Boah, schön. Das wär's gewesen. Das wär's gewesen einfach. Einfach so bei 80 schon. Ja, safe. Gar keine Diskussion. Oh, schade. Leider nicht so weit hochgeflogen wie gedacht. Ne, warum hat er das aber gedacht? Denk nicht so viel, mach einfach. SDN weiß nicht wirklich, was er macht. SDN ist ein bisschen grad los. Oh mein Gott. Aber wir haben gesehen, wie schnell sich das Blatt wenden kann. Ja, ja. Was heißt wenn? Aber es ist nicht entschieden hier. Mit 81 Prozent. Trotzdem wichtig fürs Mindset einfach zu führen. Put on my new sum. Put on my new sum. Ja. Uh. Okay, nice to grab. Dose. Dose leider nicht connected. Oh, richtig aggressiv. Oh, ja, ja, ja. Fast tot. Fast tot. Okay. Oh, Dose. Okay, hab ihn. Ah, ja. Schön. SDN, wie machst du das jetzt? Was machst du jetzt? Was macht er jetzt? Okay. Dummkopf. Ey, Knopf. Ey, Knopf. Das ist eigentlich schon wieder eben. Das ist wieder eben. Ja. Das ist einfach so. Guck mal, schon. Okay. Okay. Nice in here. Oh, leider nicht getroffen. Oh. Oh, gefährlich. Oh, aber schön rausgekommen. Er muss weglaufen. Er muss wieder weglaufen. Er muss weglaufen. Ja, ja. Musst du weglaufen. Weg, weg, weg. Er macht das gut gerade. Er macht das gut. Ja, das ist sein Tool. Irgendwie. Schön. Dose. Klatsch. Okay, wie kann SDN jetzt darauf antworten? Er läuft ziemlich aggressiv hinterher. Er läuft wirklich aggressiv hinterher. Kann man das... Ja, SDN wirklich aggressiv gerade, ne? Ja. Vielleicht will ich mir das jetzt zum Verhängnis hier gerade, aber... Oh, nein, nein, nein. Das war... Choke, choke. Aufpassen jetzt, nicht zu aggressiv. Oh, 190 Prozent. Oh, SDN, Digga. Was machst du? Oh, aber die Pressure gerade. Alles auf allen Seiten kommt. Von allen Seiten. Von unten, oben, rechts, links. Bam, bam. Oh. Oh. Okay, jetzt Aufbau. Oh, jetzt wird es schon wieder gefährlich. Sehr starke Backer. Jetzt musst du aufpassen. Jetzt musst du wirklich sehr doll aufpassen. Das könnte es gleich schon sein. Oh, mein Gott. Ich glaube nicht. Aber die nächste Dose wird es vielleicht sein. Oh mein Gott. Das ist so wichtig, wer das Doc jetzt zuerst holt. So wichtig. Das ist wirklich sehr wichtig. Leute. Pudomanus. 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 Die fährt einfach gar nichts. Einmal so ein Windzug. Oha. Na, Iter. Iter. Boah, Zeit, die Outstage. Cool. Das war gut. Das war auch eigentlich... Okay. Vielleicht Dose. Nee, Dose nicht. Dose fliegt komisch. Oh mein Gott. Dose oben und Plattform. Fliegt jetzt runter. Das war auch nicht getroffen. 220. Also eine rote Zahl. Lang nicht gesehen. Entschuldigen Sie, bitte. Oh nein. Das ist so scary. Er kann sofort stemmen. Jetzt wird ein F-Tilt oder irgendwas in der Art. Huchelgelgelgelgelgel. Huchelgelgelgel. 233,1. Okay, sehen wir hier das Upset. Okay, okay. Das wir seit so vielen NEZs schon nicht mehr gesehen haben. Ja. SDN. Das ist immer SDN. Oh. Nice Upset. Den schaltern, aber es ist schön hier. Beiselt. Steht durch. Oh, die Aggression. Okay. Ja. Oh, Down Air. Aufpassen. Oh, er macht Prozente. Oh. Schöner Grab. Wie wirst du antworten? Oh, und der. Sauber. Was für ein Air-Deutsch von SDN. Und was für ein Dash-E-Tick. So gut. Rein da. Rein da. Das ist gespielt von ihm, Digga. Oh mein Gott. Super, super, super Attacke. Der kann mich anders sagen. Das war einer krassen Air-Deutsch. Das ganze Set bisher. To punish. Das wird jetzt super spannend. Oh mein Gott. Es ist eigentlich immer noch even. Es ist so gut wie even. Digga, seht ihr das? Oh. Oh mein Gott, Alter. Das ist scary für beide. Es ist so scary. Es ist jetzt ultra even geworden. Digga, das ist jetzt einfach. Das ist wirklich even. Wenn nicht sogar Ike Fiverr. Ah. Aber Dacke braucht halt noch irgendwie so um die. Ja, das ist halt das Ding. Wir waren halt bei 220. Uh. 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 Nein. Nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Okay. Ah. 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 Pull on my news. Pull on my news. Oh, das wird so spannend hier. Beide. Oh mein Gott. 100 Prozent. Wie wird der wohl was machen? Ah. Wer wird das machen? Ja, bestimmt. Oh, einfach Gunman. Und geht der Offstage? Kein Air-Deutsch von SDN. Kein Air-Deutsch. Kein Air-Deutsch. Kein Air-Deutsch. Kein Air-Deutsch. Okay, okay, okay. Meile wieder neutral. Bisschen wieder klarkommen. Ihm war das ja schon. Oh. Oh Gott, Digga. Wie können die beiden überhaupt noch spielen? Es ist so fucking spannend. T-Jäger. Also Dacke ist T-Jäger. Bei ihm ein Hit like tot. So. T-Jäger. Oh mein Gott. Beide sehr scary. Weckt er aus der Ecke. Weckt er aus der Ecke. Eine Dash Attack und der passt nicht auf. Keiner. Oh, Gunman trifft. Ja. Das. Oh. Oh. Nicht mal schieben. Gar nichts. Kommt er auch nicht grab. Hat er gut gemacht. Weg da. Ja gut. Schieß da hinterher. Schieß da irgendwas hinterher. Ja klar. Die Dose fliegt aus seinem eigenen Kopf. Alles fliegt gegen SDN. Oh. Jetzt grab. Die Dose. Oh nein. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Oh mein Gott. Okay. Das war es noch nicht. Das war es noch lange nicht. Das ist spannend. Und das ist wirklich. Jetzt wieder even kann man sagen. Ja. Es ist einfach even gerade. Er kann nicht punishen. Das ist zu langsamer. Was soll er denn aber machen? Er kann dich bei 500 wegwerfen und du bist noch unsaid. still mit? Hold her. No! YouFreunde безemberg! Yes! Oh heisst oh ich nicht! Oh my god. Oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Oh oh... Oh oh oh. 多 ganz so. Kommt es in plataformas. Brutales Set! Brutal, Digga! Brutal, Digga! Brutales Set von heute, auf jeden Fall! Brutales Set von heute, auf jeden Fall! Brutales Set! Brutales Set! Ich muss frische Luft schnappen, bis gleich! Brutales Set!